Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 469. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei die Frau Alex. Servus. Der Herr Basti, der mit Rückenschmerzen auf der Couch liegt. Gute und Grüße. Und die Frau Patricia. Hallo. Ja, ich würde gerne meine Begrüßung zurückziehen. Warum? Ich kann doch nicht in der Folge nach dem Bayern-Spiel Servus sagen. Also wo sind wir denn hier? Ja, ist schon notiert. Also wenn es nachher zur Spieltagsbenotung geht, kriegst du schon mal einen gewissen Abzug. Den nehme ich hin. Ja, da musst du jetzt durch. Ja, Bayern-Spiel ist schon ein Stichwort. Da wollen wir gleich drüber sprechen und dann auch über das, was da kommt. Aber am Anfang diese Woche kein Housekeeping, sondern zumindest einmal gerade das kurz ansprechen, was da in der Welt passiert. Wir haben uns gerade eben im Vorgespräch darüber unterhalten, wie wir mit dieser Thematik umgehen. Und wir wollen es mal versuchen, möglichst auszublenden und so ein bisschen, ja, vielleicht den Fokus mehr auf den Fußball zu lenken und ein bisschen, ja, Ablenkung zu schaffen und euch da draußen vielleicht auch. Wir möchten aber auch erwähnen, dass das, was am Wochenende auch im Rahmen des Fußballs passiert ist, nämlich, dass man da eine Einigkeit erzeugt hat und dass man mit den Möglichkeiten, die man hat, hattest du, hattest du das, glaube ich, auch formuliert, Basti, da auch Statements dagegen setzt und dass das sehr geschlossen passiert ist, finden wir gut. Und auch gerade das, was auch im Rahmen des Eintrachtsspiels vorher passiert ist mit der Gedenkminute und auch der klaren Botschaft auf dem Videowürfel und auch an vielen anderen Stadien ist definitiv wichtig und sinnvoll. Aber wir wollen es, wie gesagt, jetzt versuchen hier einfach mal ein bisschen auszublenden und uns auf das zu konzentrieren, was am Wochenende auf dem Platz passiert ist und vielleicht auf dem Fußballplatz am nächsten Wochenende passiert. Und dann haben wir ja noch die Euroleague, über die müssen wir auch noch sprechen. So, und dann lass uns doch mal tatsächlich auf das Bayern-Spiel gucken. Alex, du warst im Stadion, Basti hat es versucht, aber hat aufgrund von den Rückenschmerzen es nicht geschafft. Der Eintracht hat sich sehr bemüht, hat sich sehr angestrengt und hat am Ende leider wieder keine Punkte einfahren können, weil man durch einen blöden Fehler in der Abwehr dann leider da das Tor aufgemacht hat. Können wir denn trotzdem aus diesem Spiel irgendwas Positives rausnehmen, Frau Alex? Puh. Ja, puh. Fällt mir ein bisschen schwer, weil die Eindrücke der letzten Spiele bei mir einfach noch so ein bisschen überwiegen. Also wir haben jetzt gegen die Bayern gespielt, das ist so ein bisschen ein Ausnahmespiel. Ja. Ich habe jetzt so ein paar Mal schon gelesen, irgendwie, keine Ahnung, Kehrtwende, das ist jetzt der Turning Point. Die Talzone ist durchschritten. Ja, also für mich ein Scheiß. Also wir haben gegen die Bayern lange hinten die Null gehalten, was toll ist, aber eigentlich haben wir ein, oder musste, hätte Bayern auch ohne Torhüter anreisen können? Und die Antwort darauf wäre gewesen, ja. Also ich glaube, der Ulreich hat nicht einen einzigen Ball gehalten und das ist halt nach wie vor was, was mir extrem Angst macht. Also ich kann mich nicht mehr darüber freuen, dass wir es schaffen, gegen Bayern hinten lange dicht zu stehen, wenn ich einfach weiß, dass wir nicht in der Lage sind, eigentlich fast gegen egal wen, irgendein Scheiß-Tor zu schießen. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Thema, worum es im Fußball geht, ne, ein Tor zu schießen. Also es gab ein paar Fernschüsse, aber ich glaube so wirklich aus dem 16er heraus war das alles eher ungefährlich. Naja, er musste Ulreich eingreifen. Ja, also ich finde schon, diese Chance von Kostic da am Anfang, das war schon richtig geil gespielt. Also ich finde ehrlich gesagt. Aber auch der ging ja am Tor vorbei, ne? Ja, aber er hatte kurz danach in der 20. noch mal einen Schuss, der hat aber relativ zentral aufs Tor geschossen. Das war aber die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo Ulreich wirklich eingreifen musste. Ich ehrlich gesagt, ich fand die erste Halbzeit, was Chancen betrifft und wie die Eintracht die beiden im Griff gehabt hat, eigentlich okay. Aber die Alex hat dann den entscheidenden Punkt angesprochen. So wirklich unfassbar zwingend wurde es dann halt nicht. Also du warst zu haben, du hast dann so ein paar Szenen gesehen, wo Lindström ein Laufduell gegen Süle machen musste. Das war einfach unfair. So der ist ja dann abgeprallt irgendwie. Wie Scrappidu an Scooby-Doo. So, dass du einfach so, wo du denkst, hm, diese Taktik funktioniert dann nicht. Am Ende war es trotzdem so, dass die Eintracht die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht dann über die ein oder andere Stadt dieses Spiel zu gewinnen, weil sie die Bayern einigermaßen im Griff hatten. Mehr dann aber auch nicht. Und das Problem ist, genau das, was Alex anspricht, dieses Spiel ist safe nicht das Problem. Wenn wir nur dieses Spiel betrachten, kann man sagen, weißt du was, wir haben gegen Bayern mitgehalten. Am Ende hat sich die individuelle Klasse durchgesetzt in einer Szene, wo die Eintracht nicht aufgepasst hat. Sané macht das Tor. Ansonsten kannst du da Minimum mit einem Unentschieden rausgehen. Problem ist einfach, dass dieser Mantel der alten Spiele einfach noch zu nass ist. Das ist genau das Problem. Hättest du die Spiele davor positiv gestaltet, dann würden wir jetzt denken, ach, diesmal ist gegen Bayern nicht geklappt. Die Punkte kannst du eh nicht einplanen. Lass weitergehen. Wir gewinnen jetzt in Berlin. Nee, so ist es aber nicht. Das war so, dass die Eintracht in diesen Spielen, vorm Bayern-Spiel, sich eigentlich in die Situation gebracht hat, wie in der Hinrunde schon, dass du eben so einen Freak-Sieg brauchst, um gewisse Dinge auszugleichen. Und darauf kannst du dich halt nicht immer verlassen. Und jetzt hat es halt nicht geklappt, was halt auch zu erwarten war. Und jetzt stehst du da im Mittelfeld, neun Punkte hinter Freiburg und kannst quasi sagen, ah ja gut, worum es diese Saison jetzt noch geht, ist a, der Oberpokal und b, eventuell die Fernsehtabelle. Mehr sehe ich da nicht, muss ich sagen. Ja, bin ich voll bei dir. Hast du mehr Motivation für uns? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ihr, glaube ich, jetzt alles gesagt habt, was ich auch im Kopf gehabt hätte. Also ich bin ein bisschen ratlos, weil ich nicht so wirklich weiß, wo das hinführen soll. Also ich sehe es ähnlich wie ihr, beziehungsweise wie Basti es jetzt schon angesprochen hat. Ich sehe jetzt nicht wirklich, dass man da noch oben mit reinmischen kann. Richtung Europa wird langsam halt schwierig. Ich sehe jetzt auch nicht die große Katastrophe, dass man jetzt extrem stark abrutscht. Da haben andere Vereine noch größere Probleme. Ja, ich finde es aber auch schwierig. Ich weiß halt aktuell nicht so recht, was sich mit der Situation anfangen soll. Weil es halt eben schon ein paar Dinge gibt, die ich ganz gut finde. Klar, neue Spieler, wie auch Lindström, entwicklungsfähige Spieler, die ja irgendwie ihr Potenzial zeigen. Ich finde es halt schade, dass man irgendwie diesen Schwung vor der Winterpause nicht mitnehmen konnte. Weil man hat ja gesehen, da war was drin. Man konnte auch irgendwie das Tor treffen und das ist jetzt verloren gegangen. Und man kommt irgendwie nicht mehr in diesen Flow und das finde ich immer noch ärgerlich. Und wie ihr das auch schon richtig gesagt habt, das sind halt diese Spiele vor dem Bayern-Spiel, die immer noch schlauchen. Auch noch aus der Hinrunde, aber die hat man dann ja irgendwie noch positiv gestaltet hinten raus. Jetzt ist es aber halt wieder genau das Gleiche, dass du halt wieder gegen die Mannschaften, die du eigentlich schlagen musst, es nicht geschafft hast und dir diese Punkte eben fehlen und du dich jetzt ärgerst und da sitzt und irgendwie dieses Gefühl hast, du bist in so einer Saison, was wahrscheinlich hinten raus in Ordnung ist, wenn es dann so eine Übergangssaison war, aber irgendwie ärgerlich, weil du das Gefühl hattest, da war wieder mehr drin, vor allem mit Blick auf die Konkurrenz, wenn du siehst, wer wo oben mitmischen kann. Da wäre auch für die Eintracht was drin gewesen, ist aber halt aktuell schwierig. Ja, nicht nur wer oben mitmischt, sondern auch wie lange das jetzt wirklich sehr eng war und man ja trotz dessen, dass man weniger gepunktet hat oder keine Punkte eingefahren hat, trotzdem immer noch da irgendwie in Schlagdistanz war. Also langsam wird ja die Lücke hin nach oben tatsächlich größer jetzt, aber bis vor zwei Spielen war das ja alles noch so super eng, dass du einfach einen Riesenschritt hättest machen können. Also es ist ja eine erneut, was dieses Mittelfeld angeht, eine erneut schlechte, fürchterlich schlechte Bundesligasaison und dass du da einfach es nicht schaffst, dich da irgendwie selbst rauszuholen, ist halt einfach das, was mich zumindest kolossal ärgert. Ich finde, Patrizia hat aber was Wichtiges gesagt, das ist auch nicht nur negativ. Klar ist die Saison jetzt wahrscheinlich irgendwie emotional gelaufen, es ist aber trotzdem auch das, was man vor der Saison oft sagt, okay, dann wird das jetzt halt mal eine Saison, es ist Corona, wir haben den und den Spieler nicht bekommen, Lammers hat nicht funktioniert und wir können froh sein, dass wir nicht unten reinrutschen. Wir sind im Europapokal-Achtelfinale und können halt gucken, dass wir die Neuzugänge, die wir für den Sommer schon sicher haben, dann halt im Sommer in eine neue Mannschaft, beziehungsweise vielleicht hoffentlich in eine teilweise bestehende Mannschaft integrieren und dass für der Trainer dann auch noch ein weiteres Jahr da ist. Und weil wenn man die Spieler durchgeht, du hast schon Spieler, die sich entwickelt haben, also Tuta gefällt mir immer besser, Indika ist endlich dieser Boss geworden, den wir uns irgendwie die ganze Zeit vorgestellt haben, weil er es in Ansätzen schon gezeigt hat. Hinti scheint einigermaßen wieder, zumindest einigermaßen in der Spur zu sein. Trappe, über den brauchen wir nicht reden. Dann hast du So, Jarkic, Kosti ist sowieso, du hast Lindström, du hast Bore, in Teilen Kamada, also das Korsett der ersten Elf ist ja nicht schlecht so. Du hast halt dann in dieser Saison gemerkt, dass der zweite Anzug dafür sorgt, dass sollten irgendwelche Leistungsträger ausfallen. Das kannst du praktisch gar nicht kompensieren. Plus der ersten Elf fehlt dann Stürmer um diese ekligen Spiele, wenn es mal eben nicht spielerisch läuft, beziehungsweise wenn es halt noch ein bisschen Zeit braucht, dieses Spielsystem und die Spielsystemumstellung von Glasener zu implementieren, wenn das noch Zeit braucht, kannst du die Spiele nicht dreckig gewinnen, wie Köln uns das zum Beispiel gezeigt hat. Von wegen, das ist ein 50-50-Spiel, Köln ist auch im Umbruch, ich meine Baumgart ist jetzt auch neu da, die haben letztes Jahr Relegation gespielt. Dann hast du ein Spiel auf Augenhöhe, fünf Minuten vorher muss Kamada den Ball nur in die Mitte spielen, dann gibt es die Eintracht 1-0. Ja, fünf Minuten später ist Modest derjenige als Mittelstürmer, der halt einfach eiskalt ist. Das sind diese Nuancen, die dieser Eintracht in dieser Saison fehlen. Das ist nicht schlimm, aber es nervt halt trotzdem, wenn man über die Gegenwart spricht. Du kannst es alles erklären, es ist ja auch niemand, der jetzt hier groß auf den Alarmknopf drückt und sagt, es ist alles scheiße und Glas sind raus, bin ich weit von entfernt. Ich auch. Trotzdem muss ich sagen, klar wird die Eintracht sehr, sehr viel Kreide gefressen haben, was die Corona-Finanzsituation betrifft. Ich weigere mich aber zu glauben, dass man das Geld, was man für Knauf-Event zum Beispiel ausgegeben hat, nicht auch für einen Stürmer hätte ausgeben können. Ich bleibe trotzdem dabei, egal wie sehr das nervt, dass du das hättest machen können, beziehungsweise wenn du Knauf und einen Stürmer ausgeliehen hättest, hättest du meiner Meinung nach auch in die Mannschaft ein Zeichen gesetzt, zu sagen, ganz ehrlich, genau was du gesagt hast, René, okay, let's go, let's go. Union Berlin haben wir gesehen, die haben angefangen zu strugglen. Freiburg wird auch noch seine Täler haben, Köln auch. Mit denen misst du dich da. Lass es uns einfach probieren. Die Eintracht hat es jetzt nicht gemacht, vielleicht war das finanziell einfach auch reifer und vielleicht war das alles vernünftiger als all das, was wir irgendwie hier uns vorstellen, weil ich habe es ja schon gesagt, vielleicht sind wir dann im Sommer froh, wenn wir das Geld haben. Wir haben ja, glaube ich, den Vergleich hier schon mal gemacht mit unseren Eltern. Die sagen, hier hast du den Bausparvertrag zu Weihnachten, du bist kurz enttäuscht, dass du kein Fahrrad bekommen hast. Irgendwann kannst du dir vielleicht für den Bausparvertrag was Geiles kaufen und hast dann trotzdem Corona besser überstanden als vergleichbare Vereine. Das müssen wir dann sehen. Können wir, glaube ich, erst beurteilen, wenn wir dann die nächste Saison sehen und sehen, wer dann noch da ist. Und B, wie weit fortgeschritten dann dieses neue Spielsystem von Glasner ist, was sich meiner Meinung nach schon von Hütter und Kovac unterscheidet. Ja, aber für den Moment, finde ich, ist es als Fan auch einfach so ein bisschen frustrierend, weil es ist ja schon, das ist ja nicht unvorhersehbar gewesen. Also, dass wir uns vorne schwer tun, das war letztes Jahr schon so. Und alles, was es halt gebraucht hätte, wäre ein bisschen Investition in den Sturm. Und für jemanden, der nicht in der Verantwortung steht, ist es ja leicht, jetzt sowas zu sagen. Aber das ist halt das, was mein Fanherz jetzt berührt, dass es nicht viel gebraucht hätte, um die aktuelle Situation vielleicht einfach zu ändern. Ja, das Thema ist ja auch, ich meine, klar ist das, was du sagst, was dir alles rational zu begründen und macht auch alles so Sinn. Aber aus so einer Fansicht, am 24. Spieltag, wo du weißt, es sind noch zehn Spieltage zu gehen, dann einfach sich auch sehr offensichtlich selbst ins Gesicht zu sagen, okay, es ist halt eine Übergangssaison, jetzt noch drei Punkte, dann geht nach unten nichts, nach oben geht auch nichts, dann lassen wir halt die letzten neun Spieltage noch über uns ergehen, ist halt auch einfach scheiße. Ne, die Frage ist halt, also ich weiß nicht, ob ich das zu schwarz sehe, aber es geht nach unten nichts. Das ist auch ein dünnes Brett, auf dem wir uns da bewegen, ne? Also, ich meine, klar, da unten tummeln sich halt viele gerade rum, die sich noch dümmer anstellen wie wir. Ja. Aber das ganz zu unterschätzen, also der Weg nach unten ist nicht unüberbrückbar. Und der ist momentan näher wie nach oben. Finde ich aber nicht. Ich weiß nicht, die Stimmen gibt es ja immer wieder, die dann auch wahrscheinlich zu Recht darauf hinweisen, hier, wir als Eintracht Frankfurt haben wir schon alles erlebt und uns haben hier tatsächlich in Frankfurt ja auch schon Pferde ins Gesicht gekotzt, so wirklich, was das betrifft. Aber wenn man realistisch ist, dann ist das meiner Meinung nach kein Thema. A, weil du unten halt wirklich Mannschaften hast, die da mehr am struggeln sind und weil die Eintracht halt auch keine tote Mannschaft ist. Du hast diese Eintracht, du siehst die ja, du siehst die Defizite, die es gibt, aber das sind meiner Meinung nach keine Defizite eines Absteigers, sondern einfach eines nicht komplett zu Ende gestellten Kaders mit einem neuen Trainer. Ich finde, das sieht man. Und das war genau, was du gesagt hast, Alex. Das ist sehenden Auge, ist ehrlich gesagt. Und ich weigere mich, dass sie das nicht gesehen haben. Vielleicht haben sie einfach das Risiko gescheut oder vielleicht gab es nicht die Alternative. Aber dass wir jetzt drei Spiele torlos sind, das hat natürlich damit zu tun, dass das nicht immer gut geht, dass du da vorne mit den Zwergen irgendwie Tore schießen kannst. Das ist einfach so. Das wussten die auch. Ich weigere mich zu glauben, dass sie das nicht wussten. Die konnten es vielleicht nicht beheben, fressen jetzt die Kröte, damit sie im Sommer sich breit aufstellen können. Die haben ja jetzt auch einen Mittelstürmer geholt mit Moani. Ist ja alles okay. Ist ja nicht so, dass sie es ignorieren. Aber absteigen, glaube ich, da würde ich jede Wette eingehen, tut die Eintracht auf gar keinen Fall. Weil da müsste schon irgendwie mehr passieren, in dem Sinne, dass du das Gefühl hast, okay, die Unruhen sind so groß, da ist eine zerstrittene Mannschaft und so weiter. Alles, was du halt bei Abstiegskandidaten hast, guckt euch die Kandidaten unten an. Also bei der Hertha, die haben schon den Trainer gewechselt. Da brennt es die ganze Zeit. Windhorst äußert sich. Bei Stuttgart zerfleischen die sich auch. Kräuter führt. Weiß sowieso nicht, warum sie in der Bundesliga sind. Augsburg ist eben am Abstiegskampf. Das sind meiner Meinung nach Vereine, wo man da sagen kann, weiß nicht, klar bin ich dann auch ruhiger, wenn wir es schnell erledigen. Bei Stuttgart bin ich nicht ganz so bei dir. Das ist zum Beispiel eine Mannschaft, die ich nicht im Abstieg eigentlich sehe. Also ich glaube, die können auch mehr, wie sie momentan zeigen. Ja, können sie mit Sicherheit, aber die kriegen es ja auch nicht irgendwie richtig hin. Das ist der Punkt. Aber wenn da unten ein bisschen Bewegung reinkommt und vielleicht der ein oder andere, wenn man doch hinkriegt. Also ich will auch nicht sagen, dass ich es für wahrscheinlich halte, dass die Eintracht absteigt. Also no way. Aber so ein Auge nach unten zu haben und wachsam zu sein, ist glaube ich auch kein Schlimm. Klar, natürlich. Du darfst jetzt nicht, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass man die letzten Spiele einfach komplett irgendwie abschenkt, weil am Ende ist ja dann doch auch die Platzierung zum Saisonende auch noch so ein bisschen für die Kasse relevant. und Basti hat es ja gerade eben schon angesprochen. Man ist ja auch nach wie vor jetzt in einem finanziell schwierigen Terrain. Das heißt, man muss da ja auch durchaus gucken, was da an Kohle noch irgendwie mit drin ist. Und ich glaube aber auch, dass jetzt Euroleague, Basti hat es gerade eben gesagt, Achtelfinale, wir haben auch einen geilen Gegner, über den wir da auch gleich dann noch sprechen werden. Du dann auch dadurch die Möglichkeit hast, vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr Motivation reinzukriegen, und dass dann da auch Punkte in der Liga noch runterfallen. Also von daher, ich glaube schon noch, dass da was drin ist, aber einfach, wir werden uns irgendwann am Ende so zwischen Platz 8 und 12 einsortieren und dann war es das. So, und das aber am 24. Spieltag zu wissen, dass das so ist, ich meine, auf der einen Seite ist es okay, aber auf der anderen Seite, die Motivation dann irgendwie Fußball im Fernsehen zu gucken, in, weiß ich nicht, wie groß dann demnächst die Zuschauerauslastung in den Stadien ist, also meine Motivation steigert es jetzt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Zuschauerregel plus die Tatsache, dass die Euroleague jetzt wieder losgeht, meine Motivation einfach in den Himmel pusht. Also wären jetzt weiter mit 5000 Zuschauern der VfL Bochum und Arminia Bielefeld gekommen, dann würde ich jetzt auch tatsächlich in einen sehr trüben März schauen, aber dafür, dass jetzt wieder Euroleague kommt und dass endlich diese, hoffentlich diese, auch diese Kartenbestellerei mit anmelden und ach, all dieser ganze Fillefanz, dass da ein Ende in Sicht ist und vielleicht auch irgendwann wir wieder mit mit der organisierten Fanszene da sind, dass das Stadion wieder voll ist, dass der Sommer kommt und heute die Sonne geschienen hat, also das sind so Sachen, auf die habe ich jetzt echt Bock und das hilft mir auch so ein bisschen über den trüben, tristen Bundesliga-Alltag hinwegzusehen. Gewinnen wir halt einfach diese scheiß Euroleague. Da wäre zumindest noch mal richtig Kugel drin. Patricia hat sich ein bisschen rausgemogelt. Ich will, dass Patricia uns jetzt sagt, dass wir eine Serie starten und doch nochmal oben angreifen. Auf Patricia, verlass die Schweiz, reiß das Ruder rum, motivier uns. Ja, vielleicht habe ich mich auch rausgehalten, eben, weil ich nicht diese Ansprache halten konnte. Aber nee, ich habe tatsächlich immer so einen kleinen Funken Hoffnung, dass doch noch irgendwie eine Serie gestartet wird und man plötzlich anfängt zu treffen. Ich weiß, dass das nicht wirklich sehr realistisch ist, aber ich behalte mir das einfach mal bei, dass noch was passieren kann und andere Vereine auch irgendwie eine Negativ-Serie starten können. Wer weiß, möglich ist es. Aber nee, ich finde es ein bisschen wie René. Meine Motivation hält sich aktuell so ein bisschen in Grenzen. Ich glaube, das liegt aber auch an der Gesamtsituation. Es fühlt sich gerade, also Fußball an sich fühlt sich gerade sehr belanglos an für mich. Mal schauen, ob das irgendwie demnächst mehr als Ablenkung dienen kann oder so. Aber Alex hat, glaube ich, hier die bessere Motivation gebracht, von wegen der Sommer kommt und mit den Zuschauern ist ja auch irgendwie Land in Sicht und die Sonne hat geschienen. Und ich glaube, das ist mehr Motivation, als ich gerade liefern kann. Also mir hat es ein bisschen geholfen. Ich habe mir gedacht, ach guck mal, vielleicht wird es ja doch noch. Habe ich gesagt, hast du mich jetzt wieder ein bisschen runtergezogen in dem Sinne? Ja, deswegen habe ich mich zurückgehalten. Nein, dass du eigentlich... Sei lieber wieder still. Dass du eigentlich, eigentlich hast du nämlich genau das beschrieben, wie es mir eigentlich geht, wenn ich jetzt mal nicht probiere, komplett zu ignorieren, was drumherum passiert. Weil ich meine, diese ganze Corona-Sache hat sowieso an einem gezerrt. Diese Geisterspiele und jetzt diese Teilzulassung, das ist für mich auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Also die Motivation war sowieso nicht da. Jetzt kommt da dieser Ukraine-Konflikt dazu, der dir komplett die Schuhe auszieht. Wo du denkst, Alter Leute, was ist denn seit zwei Jahren los? So, wie ich habe es ja irgendwie vorher in der Vorbesprechung schon gesagt, da hat man irgendwie, als man in Kharkiv damals war, Leute kennengelernt, die einem jetzt plötzlich WhatsApp-Bilder aus dem Keller schicken. Das ist einfach so surreal, dass dieses Halbgas, was ich sowieso die ganze Zeit hatte in Bezug auf Fußballkonsum, das ist wirklich dann nochmal wirklich in den stehenden Bereich gekommen. Und man muss sich dann da schon wirklich zwingen, sich zu motivieren, weil, und das kommt ja jetzt noch dazu, die Eintracht dann so eine Niemandsland-Saison spielt, das rückt es dann schon wirklich zurecht, zu denken, okay, ich bin in so einem Zustand, ich will alles nur noch hinter mich bringen, da bewundere ich dich, Alex, weil ich glaube, dass dieses Jahr mit, weiß ich nicht, Zuschauern und bla, ich glaube das noch nicht, vielleicht bin ich einfach überskeptisch, vielleicht ist das quasi diese Art und Weise, die du gerade beim Abstiegskampf beschrieben hast, zu sagen, sicher ist sicher, vielleicht bin ich da jetzt auch präventiv-Pessimist, zu denken, ich glaube gar nichts mehr. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wieder verschärfte Maßnahmen kommen, was weiß ich was. Ich glaube, dass erst wenn ich in diesem Stadion drinstehe, kein Mensch meinen Impfpass sehen wollte, ich einfach mit meiner Dauerkarte reingehe, mich umschaue, da die Ultras stehen, wir alle im Herzen von Europa sinken und da fängt ein Fußballspiel an. Dann, aber auch nur dann, glaube ich das. Wahrscheinlich nicht mal an dem Tag vor, wenn ich mich in die Straßenbahn setze. Also wirklich, da bin ich, wahrscheinlich muss ich mich da schützen, weil ich es schon fast zu sehr vermisse. Das ist so, das Gefühl, was ich in Bezug auf das habe, so dieser normale Fußball, der irgendwie seit Jahren nicht stattfindet, das ist so dieses Gefühl, wenn du irgendwann, wenn du nichts isst und irgendwann hast du auch keinen Hunger mehr. Da hast du so lange nichts gegessen, dass du einfach Bauchschmerzen vor Hunger hast und genauso fühle ich mich. Deswegen will ich mich nicht trauen, zu denken, dass wirklich gleich der Lieferantum anklingelt. Ja, kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen und ich klammere mich jetzt einfach an den Storheim, den die Alex dahin gehalten hat in Form von der, von der Euroleague, weil ich glaube, dass das tatsächlich noch mal so ein bisschen dieses Stimmungsruder rumreißen kann. Zumindest mal für zwei Spiele und in der Hoffnung, dass danach dann, weil die Eintracht sich da ein bisschen mehr motivieren kann, vielleicht sogar noch eine Runde kommt. Wäre zumindest schön. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns alle einigen können, zu denken, okay, jetzt haben wir nochmal die graue Hertha, wo man irgendwie hofft, dass die Eintracht dann vielleicht zumindest sich im Mittelfeld verfestigt, dass man diese, diese, ja, diese Gedanken nach unten vielleicht dann komplett sein lassen kann und dass du dann gestärkt mit einem Sieg in Berlin irgendwie denkst, okay, krass, Eintracht spielt jetzt bei Betis Sevilla, was schon krasse ist, man, das ist fucking Betis Sevilla und dann eine Woche später spielst du zu Hause in die. Das ist, glaube ich, schon wirklich perfekt, um irgendwie sich vom Alltag abzulenken. Ich glaube, das ist das Ideale. Du kannst dann artig von dieser langweiligen Bundesliga ablenken, die ja nicht nur wegen der Eintracht langweilig ist, sondern allgemein langweilig, so Dortmund, schauen wir mal. Und du kannst dich vielleicht so ein bisschen dann von diesem Corona-Dings ablenken, weil, wenn man gesehen hat, diese 3000 Karten, die die Eintracht kriegt, die sind an keinerlei Bedingungen geknüpft. Da ist ein Verein, der gibt dir einfach eine Karte und sagt, hier, solltest du im Besitz dieser Karte sein, darfst du mein Stadion besuchen, der Rest interessiert mich nicht. Und das ist natürlich was, wo ich denke, wow, so ein kleiner Glimpse in vielleicht eine freiere Zukunft ist das schon. Ja. Dann, dann lasst uns da vielleicht erstmal auf Sevilla gucken, bevor wir uns die Stimmung hier mit der Harta wieder total verhageln. Wer von euch plant denn, eine von diesen 3000 Karten zu ergattern und dorthin zu reisen? Ich hatte als Los tatsächlich ein bisschen auf Atalanta Bergamo gehofft, weil ich in der nächsten Woche in Österreich im Urlaub bin. Ah, dann. Und da hat er, da hätte man so einen kleinen Abstecher gemacht. Da könnte man, genau. Aber der Abstecher nach Sevilla aus dem Urlaub, der ist zu groß. Okay. Und spontan den Urlaub an eine andere Stelle verlegen, war dann auch nicht dein Plan? Nee, nee, ich bin ja tatsächlich froh zu fahren. Okay. Ich weiß dann nicht, ob das Skifahren, ob das funktionieren wird, aber mitfahren werde ich auf jeden Fall. Okay. Basti, du planst aber, sofern dein Rücken da nicht total den Bach runter ist. Mir ist scheißegal, ich fahre auch im Rollstuhl, da ein Problem ist. Ich wollte euch halt sagen, der Basti wird auf der Trage dahin gebracht. Das Problem ist, dass es von Frankfurt nach Sevilla echt nicht unglaublich gute Verbindungen gibt. Also es gibt da die kranksten Verbindungen. Also das, wenn du jetzt, ich kann es jetzt hier mal live machen, und das war jetzt die ganzen Tage über so. Wenn ich jetzt hier eingebe, in Frankfurt, Sevilla, dann tippt man das hier ein und dann denkt man, ja, da kriegt man irgendwelche Flüge gezeigt, die wahrscheinlich jetzt ein bisschen teurer sind, weil die Eintracht da irgendwie unterwegs ist und das kennt man ja schon. Wenn ich jetzt aber hier schaue, dann gebe ich mal hier ein Datum ein, wann muss ich denn da sein? Ich würde dann Dienstag los wollen und Donnerstag wieder zurück. Fertig, tippe ich ein. Der beste Hinflug, der mir angezeigt wird, ist von 17.50 bis 23.30 Uhr. 334 Euro, ein Stopp, 29 Stunden und 40 Minuten. Wo fliegt er denn lang? Kann ich mal draufgehen für dich, René, wir schauen mal. Fliegt er denn lang? Zwischenstopp, Zwischenstopp über Nacht, TAP Air Portugal. Genau, du fliegst von Frankfurt nach Lissabon und von Nage. Genau. Also Lissabon mit dem Auto nach Sevilla, also Mietwagen genommen und dann mit dem Auto rüber, weil das dürfte nicht mehr so weit sein, oder? Also sagen wir es mal so, dein Zwischenstopp in Lissabon bei diesem Flug, hast du 25 Stunden und 25 Minuten Aufenthalt. Ich glaube, in der Zeit kannst du durchaus da, also da brauchst du keinen Auto, Basti, da kannst du einfach deinen Rollstuhl nehmen, dich an eine Kante stellen und rollen lassen, da bist du schnell. Ja, ich habe ja auch tatsächlich mir schon ein paar Möglichkeiten jetzt rausgesucht. Viele Leute haben sich auch bei mir gemeldet, die gesagt haben, ja guck mal, vielleicht kannst du auch über Mallorca fliegen, bla bla bla, alles einzeln buchen. Ich werde eine Möglichkeit finden, das Aktuelle, was ich habe, ich habe mich für den Übernachtungsflieger von der Fanabteilung beworben, das ist meine Idealvorstellung. Die fliegen Dienstag früh los und kommen Donnerstag, Nachmittag, abends nach Hause. Das ist für mich tatsächlich auch das Realistischste, weil am Freitag schon wieder Fußball 2000 live dann ist. Also hoffe ich jetzt, dass das klappt. Sollte das nicht klappen, weil ich da irgendwie keinen Platz bekomme, dann habe ich das Problem, dass ich dann irgendeine Freak-Reise mir raussuchen will, weil ich sage, eine Sache, ich werde dort sein, ist mir egal wie, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, die Eintracht macht zwar viele gute Sachen, aber garantiert, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren Europapokal spielen, ist es nicht. Also es wird vielleicht das letzte Europapokal-Spiel für eine längere Zeit sein und dann in einem großen Stadion, wo man einigermaßen viel Karten bekommt. Wenn ich das nicht mache, werde ich sehr, sehr lange bräumen, befürchte ich dich. egal wie, ich werde dort auftauchen und wenn hier einer unserer Zuhörer eine unglaublich kecke Idee hatte und gesagt hat, hier, hör mal zu, ich bin, weiß ich nicht, Inline-Skate-Profi und du kommst da und da zu mir, wir fahren mit Inline-Skates dahin, dann ich bin dabei. Ich habe gerade mal geguckt, also wie du günstig kommen könntest, wäre, wenn du nach Faro fliegst. Auch in Portugal unten. Und dann mit dem Auto sind es dann vielleicht noch anderthalb, zwei Stunden rüber nach Sevilla. Ich glaube, Faro fliegt, also ich bin mal nach Faro geflogen mit Ryanair hier von Frankfurt aus, das hat glaube ich einen Honig gekostet. Ja, ich bin auch mal zurück von Faro und hin auch, also Faro Frankfurt war auch nicht so feuer. Ja, und von da aus war mir gar nicht so bewusst, du bist ein Katzensprung rüber nach Sevilla. Also im Vergleich Frankfurt-Sivilla. Ja, knapp 200 Kilometer. Spannend. Okay, also Basti plant auf jeden Fall vor Ort zu sein, komm, was wolle. Was war denn euer Gedanke, als dieses Los kam? Basti hat ja gerade eben schon kurz gesagt, ein gutes Los oder? Nö, also gut würde ich nicht sagen von denen, die da noch waren. Also Alex hat schon gesagt, es gab attraktivere und oder leichtere Möglichkeiten. Eigentlich ist das, dass das betrifft... Hätte die Möglichkeit gegeben, nicht zu spielen. Das hat sich jetzt im Nachhinein auch so ausgestellt, das ist korrekt, das wusste man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Ja, aber ich sag mal so, Bergamo wäre eine Herzenssache gewesen, Barcelona wäre wirklich so richtig krass gewesen, Praga wäre interessant gewesen, so. und eigentlich hätte ich auf die Glasgow Rangers gehofft. Ja, ich auch so ein bisschen. Das war da nicht so. Sevilla ist eigentlich, Sevilla ist schon richtig geil, es ist schon attraktiv, aber es ist natürlich sportlich eine Katastrophe, weil alle jetzt denken, oh Sevilla, Betis, ganz ehrlich, die sind Dritter. Die sind richtig stark, alle. Ja, die sind gerade richtig geil unterwegs, also die haben sich ja auch über die letzten... Die haben halt auch laute Fans, so, das ist nicht so, dass die einfach da hinfährt und irgendwie... Betis ist jetzt auch kein Verein, wo du sagst, oh, die haben keinen Bock auf die Euroleague, weil die normalerweise Champions-League-Abo haben, gibt's ja auch. Aber die tragen das Endspiel aus, also zwar im anderen Stadion, aber zumindest in der Stadt. Aber trotzdem, ja, die sind halt schon motiviert. Genau, aber die sind sportlich ähnlich schwierig, sag ich mal, wie Barcelona, aber nicht mit der Attraktivität dahinter. Und deswegen ist es eigentlich echt ein Scheiß los. Das ist es auch. Das ist genau das. Also es ist wirklich das Worcester, weil die sind motiviert. Und das ist auch nicht so, dass es so diese Vibes hat wie Inter Mailand oder Donetsk, wo du denkst, die probieren es halt mal, aber wenn es nicht klappt, ist denen egal, weil die wollen eigentlich Champions-League spielen. Das ist genau, was Alex sagt. Die wollen in Sevilla das Finale spielen. Und da muss schon viel zusammenkommen, dass die Eintracht die ärgern kann, weil es jetzt auch... Die haben halt auch ein Stadion, was sehr, sehr laut ist. Die haben eine sehr, sehr bunte Fanszene auch. Die auch da sein darf. Die auch da sein darf. Die sich da frei bewegen darf. Und am Ende, wenn wir jetzt so länger darüber reden, dadurch, dass es so unglaublich unwahrscheinlich ist, macht es es vielleicht sogar schon wieder wahrscheinlicher zu denken. Ganz ehrlich, eigentlich erwarten wir nichts. Schauen wir mal, weil das wäre halt schon geil. Und das könnte all das, was wir gerade besprochen haben, diese Niemandsland-Saison, schon so ein bisschen überdecken auch. Stell dir vor, du spielst die Saison, weiß ich nicht, es läuft auf Platz 9 ein, irgendwie dann gesichert doch. Hast den ein oder anderen Spiel entwickelt, hast einen coolen Transfer für den Sommer und warst im Europa League Halbfinale. Das würde ein ganz anderes Licht drauf werfen. Darf man nicht vergessen, war ja dann auch zu der Zeit so, als wir gegen Chelsea im Halbfinale waren, da war in der Liga teilweise auch grauer Alltag. Und konntest das damit aber tatsächlich überdecken, sodass ich jetzt momentan, wenn ich daran diese Zeit denke, nicht an die graue Liga denke, sondern an Inter, an Donetsk, an Mailand und sonst irgendwas. Also ich, auch wenn es wahrscheinlich ein durchaus hartes Los ist, ich glaube schon, dass es einfach gute Gründe gibt, warum auch die Eintracht da nach wie vor Chancen hat. Also erstmal, wie ihr schon gesagt habt, Betis, die haben gewisse Ambitionen, die wollen da auch möglichst weit kommen, das heißt, die werden versuchen, da auch das Spiel mitzugestalten, die werden uns Räume anbieten. Ich glaube, grundlegend ist es ähnlich, wie ich es letzte Woche gesagt habe, vor dem Bayern-Spiel, du hast halt auch als Mannschaft eine ganz andere Motivation, wie du da in dieses Spiel reingehen kannst. Ich glaube, auch wenn du da dann sie im Vorhinein noch nicht hast, spätestens dann, wenn du da im Spielertunnel stehst bei einem vollen Stadion und da ist es laut, kannst du dich als Spieler nochmal ganz anders da motivieren. Betis ist auch noch in drei Wettbewerben vertreten, also ihr habt es ja gesagt, in der Liga stehen die momentan auf Platz drei, die spielen glaube ich am Samstag, nee, am Sonntag spielen die gegen Atletico, ein Spiel, was die auch reißen wollen, weil sie sich natürlich auch in der Liga halten wollen. Die spielen am Donnerstag noch im spanischen Pokal, der glaube ich auch nicht so unwichtig für die ist. Also die haben auch durchaus dann ein paar Spiele in den Knochen. Also es gibt schon Gründe, warum man sagen kann, die Eintracht ist da nicht komplett chancenlos. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass das würde dann so eine Benfica-Nummer bedürfen. so, also das würde so ein Ding, Eintracht liegt da 4-1 hinten so, lässt sich da irgendwie voll überrennen, macht dann irgendwie, Lamas macht dann irgendwie so nebenbei, mal das 2-4, hohoho, wir denken uns nichts Böses und dann gewinnst du zu Hause 2-0, denkst, oh geil, und dann fällt dir dann, oh fuck, Auswärtstorregel ist ja abgeschafft worden und dann musst du es in der Verlängerung reißen. Ja, eigentlich finde ich es ganz geil, weil wir sind jetzt zweimal wegen dieser scheiß Auswärtstorregel rausgeflogen, ne? Schwarz ab, Alex, genau das wird sich jetzt ändern. Wir machen dann genau den Benfica-Move und dann verlieren wir ein Meterschießen gegen Bettys, herzlichen Glückwunsch, alle. Ja, solange wenn ich auch vorher den Ersatz-Torhüter einwechseln und uns das dann nachher zum Verhängnis für das alles gut. Ja. Ach, ich bin da schon motiviert, also das ist wirklich so ein großer Strohhalm, der mich da gerade motivationstechnisch bei dem Thema über Wasser hält. Also ich hab da richtig Bock drauf. Die Anschlusszeit Mittwoch 18.45, die gefällt mir noch nicht so ganz so gut, war natürlich auch irgendwie klar, dass wir dann wieder dieses Spiel erwischen, was dann ausgerechnet, weil zwei Mannschaften aus derselben Ecke sind dann auf diesen Mittwoch früh verlegt wird, aber gut. Ist dann halt wahrscheinlich einfach auch so. Es ist trotzdem Europa-Pokal. ist trotzdem Europa-Pokal. Es ist auf jeden Fall ein reizvoller Gegner. Und ich glaube, wenn die Eintracht halbwegs motiviert in dieses Spiel geht, dann können das mal mindestens zwei geile Abendspiele werden. Ich will nicht den Party-Crash-Spielen, aber es ist auch schon wieder nervig, dass Europa-Pokal hat bei uns in den letzten Jahren auch immer ein Häkchen. Es hat immer irgendwas Kleingedrucktes. Es ist nie einfach mal Europa-Pokal, sondern es ist immer irgendwas. Dann darfst du nicht nach Marseille, dann wirst du in Rom misshandeln von der örtlichen Polizei. Du darfst nicht bei Arsenal London sein. Du hast irgendwie ein kleines Stadion, wo nicht jeder hin kann. Also es ist nie, wo du dachtest, okay, jeder, der will, kriegt eine Karte und jeder, der will, kommt hin und neben dem Platz ist auch nichts, was dich irgendwie großartig ablenkt. war, glaube ich, kein einziges Europa-Pokal-Spiel in den letzten Jahren, wo wir das so hatten. Es war immer irgendwie, immer, immer irgendwas. Jetzt wieder. Aber du. Ja, stimmt. Ja. Bordeaux, stimmt. Hab ich vergessen. Ja, aber ist natürlich in der Aufzählung, die Basti hatte, ist das eins von vielen. Das ist dann natürlich auch nicht gerade so. Das stimmt. So ein Ding, ne? Ja, vor allen Dingen auch teilweise, also keine Ahnung, Mailand war halt auch, wenn du da oben hinter dieser Glaswand sitzt, das ist halt auch, ja, ist halt auch immer alles so ein bisschen, also du bist ja teilweise dann auch so in die letzten, so ein bisschen wie, wie wenn du in München im Stadion bist, ne? Wo du einfach in der letzten Ecke als Auswärts-Fan weggesperrt wirst und da war Bordeaux halt einfach schon Weltklasse, ne? Wo wir einfach die Hälfte vom Stadion bekommen haben, ne? Und die Leute uns mit offenen Armen empfangen haben und gesagt haben, was? Kommt, hier. Halbes Stadion euch, halbes Stadion uns. So was ist halt schon geil. Ja. Aber gut, wir kommen aus Corona-Zeiten und haben jetzt 3000 Karten in Sevilla, ne? Also, wäre vor einem halben Jahr auch noch umdenkbar gewesen. Das ist korrekt. Dann lasst uns noch lieber da drüber freuen und hoffen oder drücken allen denen, die eine Karte haben wollen, dass ihr da auch Glück habt und eine Karte bekommen könnt, weil 3000 ist, glaube ich, jetzt auch nicht, also es werden deutlich mehr Leute Interesse zeigen an den Karten. Bin ich mir ziemlich sicher. Jut. Wie schauen wir jetzt von Freude über EuroLeague den Umstieg auf die graue Maus auf den Big City Club? Hat einer eine Idee? Nicht. Okay. Dann machen wir es jetzt einfach ganz, ganz, ganz schmerzhaft. Nächster Gegner Bundesliga Hertha BSC am Samstag 15.30. Die in der Rückrundentabelle tatsächlich bislang die schlechteste Mannschaft sind. Was uns nicht unbedingt hilft. Was uns nicht unbedingt hilft, genau. Und das ist auch das, was mir ganz viel Sorgen macht. Hertha ist so dieser sehr angeschlagene Boxer und die Eintracht ist dann dieser klassische Aufbaugegner. Und ganz ehrlich, so wie wir jetzt in den Spielen vor Bayern agiert haben, habe ich bei diesem Spiel da am Samstag richtig, richtig Bauchschmerzen. Patricia, kannst du mich da jetzt wenigstens motivieren? Nee, kann ich auch nicht. Weil ich leider auch absolut keinen Bock drauf habe. Das sind irgendwie alles schon so, das ist wieder diese Vorzeichen, die man da hat, wo man ja schon von vornherein so reingeht und denkt, bitte nicht und dann passiert es genau so. Das ist halt, wie du schon gesagt hast, ein angeschlagener Gegner. Die Eintracht tut sich generell schwer gegen diese Gegner. Dann sind die halt irgendwie so, die stehen sogar einigermaßen stabil. Die klappen dann zusammen, wenn sie das Gegentor kassieren. So, und die machen halt nach vorne selbst nichts. Die können nichts nach vorne machen. Das ist irgendwie, die müssen sich darauf verlassen, dass da irgendwie ein Jovetic, der nie wirklich fit ist, mal was reißt oder ein Belfodil und das war's. Ansonsten, die haben halt wirklich offensiv nicht viel anzubieten. Das Problem ist halt, du musst als Eintracht das erstmal schaffen, selbst ein Tor zu machen und wir wissen, das war zuletzt nicht so erfolgreich und da musst du sie halt irgendwie dazu bringen, dass sie dann ja zusammenbrechen und dann ist es glaube ich, dann schaffst du es auch und dann gewinnst du das Spiel, weil du qualitativ einfach die bessere Mannschaft bist. Aber erstmal an diesem Punkt zu gelangen, das könnte halt sehr eklig werden und ich habe sehr wenig Lust und dann haben die auch noch hier Marco Richter und ja, haben wir schon in der Hinrunde gemerkt, der hat immer noch Lust gegen die Eintracht zu treffen und ja, wie gesagt, auch schon in der Hinrunde hat man gegen Hertha verloren und da waren die auch nicht viel besser, als sie jetzt sind. Also ja, das ist alles, also motivieren kann ich dich leider nicht. Ich weiß auch selbst gerade noch nicht, wie ich mich selbst motivieren soll, aber ich hoffe einfach irgendwie, glaube ich, jede Woche aufs Neue darauf, wenn so ein Gegner ansteht, dass die Eintracht eigentlich die bessere Mannschaft ist und eigentlich Qualität hat und ich hoffe jede Woche aufs Neue, dass sie sich da irgendwie, ja, mal zusammenreißen, finden und dann irgendwie in den Flow kommen, zumindest für diesen einen Tag, um dann mal zu gewinnen, weil das muss passieren und sie können das auch, das ist ja das Ding, man weiß, dass sie es können. Ich sehe da bei dem Spiel auch nicht viel zu gewinnen für die Eintracht. du, eigentlich rechnest du damit, dass die Eintracht jetzt endlich mal gegen einen da unten irgendwie gewinnt, aber ja, die Hertha ist halt auch eine Mannschaft, und gerade Teil von Korkut, der irgendwie und irgendwann mal ein Spiel 1-0 gewinnen kann, auf welche Weise auch immer und ich glaube, dass Mannschaften mittlerweile auch gesehen haben, was du aktuell gegen Eintracht machen musst, musst Kostic ein bisschen kalt stellen, wie immer und dann musst du halt irgendwelche hohen Innenverteidiger, also hochgewachsenen Innenverteidiger gegen die Halbstimme der Eintracht stellen und dann hast du es schon mal viel gewonnen, wenn du dann an den 90-Standards irgendwie verteidigen kannst, so wie Wolfsburg. Ich meine, Wolfsburg hat ja die Blaupause draufgelegt. Wolfsburg hat hier gar nichts gemacht, gar nichts, haben aber jeden Eckball rausgeköpft, haben mit Brooks einen riesen Verteidiger gehabt und Lacroix und haben dann irgendwann mal irgendwie auch mit ein bisschen Glück ein Tor geschossen. Also ähnlich kann die Hertha ja das auch machen, weil das bedarf ja nicht vieler Fähigkeiten und auch nicht viel Spirit. Das ist es ja, weil der Hertha ist wirklich einiges im Argen, aber irgendwie ein normales System, um das dann auf den Platz zu bringen, können die auch schaffen. Ich hoffe halt einfach, dass die Eintracht denkt, ganz im Ernst, fuck off, jetzt haben wir keinen Druck mehr nach oben, keinen Druck mehr nach unten. Die Hertha steht hier unter Druck, wir können jetzt hier befreit aufspielen, weil so ist es ja eigentlich auch. Also wenn wir jetzt hier ein Hertha-Podcast wären, hätten wir glaube ich mehr Angst. Weil was hat die Eintracht da zu verlieren? Gar nichts. Die Eintracht kann hinfallen und sagen ja, Teig mal, man kann vielleicht noch so eine lange Nase an Fredi Bobitz machen und sagen, ha ha ha, wärst du mal hier geblieben? Am Ende, mein Gott, da soll irgendwie mal der Knoten bei Bore platzen, dann gewinnst du da zwei und dann ist gut, aber ja, Patrizio hat das leider schon sehr gut beschrieben. Es hat auch alle Zutaten für ein weiteres Ärgernis und dann bin ich gespannt auf die Stimmung vor dem Europapokal. Vielleicht kann die Eintracht sich dann so noch so ein bisschen retten, dass dann der Europapokal direkt ist, aber sollte der dann auch schief gehen, muss man sich dann halt irgendwann mal auch kommunikativ mit dem grauen Liga-Alltag beschäftigen. Also es ist ein Spiel, was dir zumindest irgendwie ein paar Wochen Ruhe schaffen kann, weil du dann auch noch den Booster Europapokal hättest, wenn du da jetzt gewinnst und dann irgendwie, selbst wenn du ausscheidest, hast du trotzdem erstmal einen Europapokal und dann hättest du einigermaßen deine Ruhe. Wenn das nicht so ist, boah, dann setzt du dich halt fast im Europapokal schon unter Druck, weil dann irgendwas Positives irgendwo dann mal herkommen muss. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast richtig gesagt, so viel gewinnen kann man da eigentlich nicht als Eintracht, weil du ja irgendwie auch erwartest, dass da jetzt mal was passiert. So wirklich was verlieren kann man auch nicht, schon richtig, aber ich glaube, man hat schon mehr zu verlieren als zu gewinnen in dem Spiel, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man das jetzt ja verliert oder zumindest nicht positiv gestaltet, sage ich mal so, dann ist, glaube ich, die Stimmung schon nicht so geil. Also, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es sogar wirklich gut, dass der Europapokal dazwischen liegt, weil du da irgendwie direkt im Anschluss eine Chance hast, irgendwie das Ruder nochmal rumzureißen, aber so richtig gut wird es nicht von der Stimmung her. Also, deswegen ist da schon so ein Druck dahinter, dass, wenn es doch einigermaßen ruhig bleiben soll, glaube ich, müsste man da jetzt schon mal was reißen, weil das ist halt wirklich, wie Alex schon gesagt hat, die schlechteste Rückrundenmannschaft. da, also, da gibt es halt kaum eine Entschuldigung, das dann auch noch nicht hinzubekommen. Wobei man ja auch der Korrektheit halber dazu sagen muss, wir sind die drittschlechteste Rückrundenmannschaft, also wir sind da auch nicht so wahnsinnig weit von weg. Nicht die schlechteste. Nicht die schlechteste, ja, da liegt noch Stuttgart auch noch dazwischen, aber so richtig viel geiler sind wir da halt auch gerade nicht unterwegs mit unserem einen Spiel gewonnen, einen Unentschieden in der Rückrunde bislang. Ja, aber das ist es ja genau, was Patricia sagt, so, da musst du halt dann halt irgendwann nicht mal äußern. So, da kannst du jetzt hier nicht von Trendwende sprechen und was weiß ich was. Die Talsohle ist durchschritten. Ja, ja. Du hast halt vor allen Dingen auch nicht viele Optionen, gegen die du noch dann gewinnen musst, also wenn du es schon so sagst, die Eintracht ist die drittschlechteste Rückrundenmannschaft, naja, dann gibt es halt nur noch zwei, die schlechter sind und die müsstest du dann eigentlich auf jeden Fall schlagen, Stuttgart. Haben wir. Wissen wir alle, was passiert ist, aber Hertha steht da jetzt noch auf dem Plan und wäre vielleicht ganz gut, wenn man es zumindest mit einer von den beiden Mannschaften schafft, da irgendwie, ja, es mal für sich zu entscheiden, weil, naja. Ehrlich gesagt will ich auch was die Eintracht... Ist halt sehr, sehr unschön. Ich will auch, dass die Eintracht das einfach macht. Punkt. Ist ja auch vorbei mit diesem Rumgehader und dann, ah, und hier und hätte und wäre, wenn, nee, gewinne jetzt einfach in Berlin, dann halten wir auch alle die Schnauze und dann ist doch okay. So, aber das musst du halt jetzt auch mal machen, sonst kannst du da auch nicht weiter rumdrucksen, weil du dann selber, irgendwie trotzdem vielleicht selber in Teilen der Mannschaft oder ich weiß nicht, ich weiß nicht genau welche Mechanismen dann, aber du musst ja dann anfangen Sachen zu hinterfragen und vielleicht ist es dann auch scheiße, dass du Sachen hinterfragst, weil es eigentlich vielleicht trotzdem auf einem guten Weg ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen ungeduldig sind. Also du musst jetzt einfach sagen, okay, bei aller Entwicklungsphase, in der wir uns befinden und bei allen Dingen, die jetzt noch nicht funktionieren und wo man vielleicht Zeit braucht und wo man vielleicht wegen Corona irgendwie nicht reagieren konnte, nee, gegen eine angeschlagene Hertha musst du in der Lage sein zu gewinnen, Punkt ausfällig, jetzt mach es halt einfach so, willst du dann auch da, was das betrifft, mal in Ruhe haben. Ja, irgendwie gegen Bayern war ich hoffnungsvoller, weil du halt wusstest, das ist jetzt ein ganz anderes Spiel wie die letzten drei Spiele und jetzt kommen wir aber zurück in genau die gleiche Fahrrinne und da sehe ich noch nicht so, also außer ein paar Aussagen, dass die Talsohle durchschritten ist, was ich aber nicht gesehen habe, sehe ich noch nicht so den Grund, warum es jetzt anders laufen sollte, aber gut. Du kannst dich halt gegen Bayern, konntest du dich halt anders motivieren, weil es ist halt immer noch mal was anders, dem FC Bayern in die Suppe zu spucken, als jetzt mit der Erkenntnis der letzten Spiele, der Erkenntnis, dass du dich wahnsinnig abmühst, ohne auch nur irgendwie ein Erfolgserlebnis mitzunehmen, geschweige denn mal irgendwie auch nur ein simples Tor aus einer einfachen Situation zu kreieren, jetzt zu diesem Verein fahren zu müssen, wo du vielleicht auch noch irgendwie so dieses Thema hast, dass irgendwie viele Spieler bei denen, waren ja zumindest am letzten Spieltag auch Corona-bedingt nicht im Kader, ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt, ob da jetzt mehr Spieler verfügbar sind, zumindest ist die Liste, die ich gefunden habe, relativ lang von Spielern, die vermutlich ausfallen. Also du bist natürlich auch in einem gewissen Druck und du hast halt immer im Hinterkopf, es hat halt auch nicht wirklich funktioniert und stimmungstechnisch wird da jetzt auch im Olympiastadion nicht so wahnsinnig viel los sein. Also es ist halt alles, am besten regnet es noch, das macht es dann noch komplett. Es schneit sogar wahrscheinlich. Ja, großartig. Großartig. Ich habe einen Wetterbericht gesehen, weil ich werde tatsächlich dort sein. Ich bin gespannt. Hast du mal geguckt, ob du von Berlin direkt nach Sevilla fliegen kannst, ob das günstiger ist? Einfach drei Tage irgendwo in der Kneipe bleiben oder so? Geh mal davon aus, ich war schon am Flughafen Baden-Baden-Bremen und alles mögliche. Also ich habe da schon ein bisschen geschaut. Ich verlasse mich jetzt auf den Tagesflieger oder nicht den Tagesflieger, sondern den Übernachtungsflieger von Eintracht. Ja, danke. Und hoffe, dass ich nicht erfriere am Samstag im Stadion und mir dann da anschauen muss, wie Herr Tinio ein 2 zu 0 der Hertha bejubelt. Bei den Ergebnistipps sind wir noch nicht. Wir brauchen erstmal eine Aufstellung. Oh, das ist meine Lieblingskategorie mittlerweile. Ja. Kannst du dich jetzt mit Patricia betteln? Ich wollte auch gerade sagen, ich habe gerade gar keinen Bock. Ja gut, Abwehr steht ja auch hinten in der Mitte. Links Indika, rechts Tutor, links Kostic, rechts Knauf! 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 Hast du das gehört? Knauf! Ich muss... Nixer, Koster, Zendler, Touré, Durm, Peter Matzen. Knauf! Was ist denn? Was ist denn? Was ist der Fixis? Knauf! Was ist mit Durm? Ist der wieder fit? Heiß ich doch nicht. Der war ja noch nicht mal im Kranach. Das sind grüne Haare jetzt, Alter. Ich habe das letzte Mal, habe ich dich gesehen bei der Halbzeitshow vom Superbowl, Alter. Da haben wir auch, als wir vorhin über hier Sachen ins Bayern gesprochen haben, noch gar nicht drüber gesprochen. Also mir hat Knauf durchaus gefallen. Auf der 10er-Position. Ja, aber offensichtlich scheint er den ja nur bringen zu wollen, wenn er noch einen Verteidiger im Rücken hat. Genau. Warum denn nicht Viererkette? Mit Tutor, Ndika, Da Costa und Lenz. Aber warum Hinti jetzt dann rausnehmen? Jetzt hast du gerade die Mühe gemacht, er hat sich jetzt mit Trapp geeinigt, Trapp übernimmt die Kapitänsbinde, er kann sich drauf konzentrieren. Er hat sich ja auch im Vergleich Ich kann ja nicht auf alles mit sich nehmen. Ja, aber Da Costa und Lenz, wenn ich das schon höre, da habe ich überhaupt keine Bock mehr aufs Spiel, Alter. Ja, Lenz würde ich noch akzeptieren, aber Da Costa, ich weiß es nicht. Nee. Ich fand Lenz gegen Bayern, ehrlich gesagt, auch nicht besonders gut. Nee, fand ich auch nicht. Das war jetzt halt das eine Spiel, ich fand den sonst immer relativ solide, aber gegen Bayern fand ich es ganz schrecklich. Also irgendwie kam kein Ball an. Ich will jetzt nicht drauf rumhacken, aber ich wollte nur mal sagen, das Spiel war es einfach nicht für ihn. Genau, also mit dem Spiel hat er sich auch nicht in mein Herz gespielt und in meine Wunschvorstellung von der Viererkette mit ihm auf der linken Seite. Aber bei mir ist halt so dieser Gedanke, auch Knauf spielen lassen zu wollen. Ich aber nicht glaube, dass Glasner ihm die alleinige Seitenherrschaft zutraut. Ja, ich glaube es auch nicht, leider, weil ich würde das gerne auch so sehen in der Fünferkette mit Knauf, wie Basti es gesagt hat. Ja, dann machen wir es doch einfach mal so. Also man muss doch irgendwie mal ausprobieren. Ich hätte es gerne mal gesehen, ehrlich gesagt. Ja, wenn dann gegen Hertha. Genau, genau, weil was hast du jetzt, also okay, du hast schon was zu verlieren. Wir haben schon gesagt, es ist scheiße, wenn du da jetzt verlierst, hast du Unruhe. Aber so wirklich was zu verlieren, hast du gerade nicht. Gegen Kreuter Fürth kann er dann wieder mit sechs Verteidigern spielen. Einmal wird er uns das schon ausprobieren lassen können, alle. Ja, wenn man mal überlegt, Hertha, wie gesagt, die haben jetzt nicht so krasses Offensivkonzept. Du musst halt auf individuelle Spieler aufpassen, die dann irgendwie alleine versuchen werden, sich da durchzuburschteln. Vielleicht reicht das dann auch. Also vielleicht schafft das sogar ein Knauf, dann da hinten einigermaßen dicht zu halten. Wenn nicht muss, dann halt Tutor das irgendwie ausbügeln. Wenn nicht, muss halt einer von der Doppelsechs ausbügeln. Da lässt sich halt einer zurückfallen. Es ist ja jetzt kein Hexenwerk. Ich würde es gerne einfach mal sehen. Kein Hexenwerk. Wenn das dann überhaupt komplett nicht geht, du kannst auch noch umstellen im Spiel, ist ja möglich. Ja. Ja. Also so, Knauf, fertig. So. Wer spielt nochmal auf rechts, was hast du ja gesagt? Knauf! Sehr schön. Links Kostic hattest du auch schon gesagt. Patricia, wer macht die Doppelsechs? Also, so wie ich es verstanden habe, ist Rode verletzt. Sieht danach aus, leider, ja. Surprise! Ja. Dann So und Jakic für mich. Oder ist noch irgendjemand gesperrt? Irgendjemand war gesperrt, aber wahrscheinlich nicht. Ach siehste, der Lenz. Dann So und Jakic wahrscheinlich. Batman und Robin, safe. Ja. Ja. So und dann der drei Offensiven da vorne. Wer und wo? Basti, du bist wieder drin. Scheiße. Lindström und Boree hinter Lammers. Lindström und Boree hinter Lammers. Alex ist anderer Meinung. Erkläre dich. Nee, also möchte ich eigentlich gar nichts mehr, gar nichts mehr zu sagen. Ich möchte nur Lammers gegen Kamada tauschen. Aber also, was ich gerade in deiner, in deinem super Vorbereitungsdokument hier sehe, ist, dass sowohl Alexander Schwolo als auch Jurune Jahrstein offensichtlich bei der Hertha nicht am Start sind. Die waren zumindest am letzten Spieltag Corona-technisch ausgefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange und ob die jetzt wieder sind. Das war das, was ich auf Transfermarkt gefunden habe, dass die vermutlich ausfallen werden oder ausfallen könnten. Ich glaube, es sind aber einige wieder ins Training eingestellt. Die hatten ja richtig viele Corona-Fälle und ich glaube, recht viele sind auch wieder zurückgekehrt. Deswegen sage ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, weil es ja dann auch die Frage ist, wann das passiert und wann freitesten und hast du nicht gesehen und ich glaube, die werden jetzt nicht wie Baumgart bei Köln sagen nach dem Motto, der Spieler hat nur an zwei Trainingseinheiten teilgenommen, den stelle ich nicht auf, denen steht halt das Wasser bis zum Hals, die werden aufstellen, was da ist. Egal wie viel trainiert. Also ich will mich nicht darauf festnageln, aber ich glaube, Schwolo war sogar noch einer, der in Isolation war zuletzt. Aber das geht ja dann auch recht schnell. Also wenn er sich morgen freitestet, steht er sicherlich Samstag auf dem Platz, vor allem als Torhüter, wo du jetzt nicht wirklich sehr viel hin und her rennen musst. Könnte ich mir vorstellen, dass der dann recht schnell wieder auf dem Platz steht. Also ich würde jetzt erstmal damit rechnen, dass er zurück ist, aber wenn nicht, auch nicht schlecht für die Eintracht. Korrekt. So, aber wir waren ja bei der Frage, der Offensiven. Basti spielt mit Lammers. Alex möchte Lammers tauschen gegen Kamada. Patricia? Ja, ich glaube, ich tendiere auch zur Alex-Version. Obwohl mir Kamada zuletzt auch nicht mehr so gut gefallen hat, aber ich habe da halt immer Hoffnung, dass der, er hat halt auch mal diese Spiele, wo man genervt ist und wo man denkt, was ist, also was macht er da überhaupt? Selbst Oliver Glasner war zuletzt genervt. ja, dann, aber irgendwie Lammers kann, also Lammers würde ich einwechseln vielleicht, wie es zuletzt jetzt auch geschehen ist, aber ich glaube, von Beginn an würde ich mit Lindström, Boree und Kamada spielen. Also da hängen zwei dünne Strohhalme, nach denen ich greifen kann und davon ist einer dünner wie der andere und da ist der Kamada-Strohhalm für mich Ja, aber auf der anderen Seite hast du ja das Thema, Mastia hat es ja schon gesagt, dann hast du da hochgewachsene Innenverteidiger, denen musst du ja irgendwas entgegensetzen und Boree, Lindström und Kamada, ja, haben wir nur in Form von Lammers. Sag ich, haben wir ja nicht. Jetzt haben wir eine Passsituation, weil ich wäre eher bei Basti mit der Variante Boree, Lindström und Lammers unter der Bedingung, dass man einfach so eine imaginäre Linie aufzeichnet, dass der Typ einfach nicht über die Mittellinie wieder zurückläuft, weil das regt mich immer auf, wenn der bis zur Abwehr zurückläuft, um sich einen Ball zu holen. Du bist Stürmer, steh da vorne, mach die Buden fertig. Wie entscheiden wir das jetzt? Wollen wir Marvin schnell anrufen? Hatte ich gerade überlegt. Ne, ich wollte tatsächlich, ich wollte tatsächlich gerade umschwenken. Aha. Ich wollte sagen, also wenn wir jetzt schon dabei sind, Sachen auszuprobieren und wenn wir schon in Niemandsland... die vielleicht schmackhaft machen? Guck mal, wir haben Links, Kostic, Rechts, Knapp! Die können dann über die Außen kommen, diese wuchtigen Flanken und dann können die in die Mitte flanken, wo jemand steht, der ein bisschen groß ist. Bisschen groß. Ja, dann stellt diesen Lammers 90 Minuten aufs Feld. Der muss nur im 16er, nicht bewegen, nur da vorne im 16er stehen. Und bitte zeig mir einmal, dass du einen Ball annehmen kannst und dann können wir nochmal Freunde werden. Vielleicht brauche ich auch einfach mal eine Chance über 90 Minuten. Der muss den Ball jetzt schon annehmen. So wie Kajo damals. So, fünf Spiele muss Lammers jetzt mal am Stück machen und dann läuft das alle. Der muss den Ball ja noch nicht mal annehmen, der soll den ins Tor reinstoppen, ist mir auch egal. Hauptsache, er steht da vorne. So, Patricia, jetzt ja du bist überstimmt. Die Schweiz hat verloren. Die Schweiz hat verloren. Hoffentlich hört es hier keiner. Ich muss mich zu einer Aufstellung mit Lammers im Sturmer bin eisen lassen. Ja. Pass auf, am Ende macht er zwei Buden. So wird es sein, das ist genauso, wie ich jede Woche über Alex Meier geflucht habe. Was macht der eigentlich gerade? Dürfte der theoretisch noch spielen? Der ist ja quasi vereinsloser Stürmer, den kann man auch jetzt noch verpflichtet. Hier ist aber sehr viel Verzweiflung im Raum, wenn du jetzt am 24. Spieltag der Saison 2021, 2022 danach fragst, ob nicht vielleicht Alex Meier spielen könnte. Vor allem, dass du das fragst. Ja, genau. Wie groß diese Partei, also ich gebe mich, ich gebe mich geschlagen. Dann lass halt mal diesen Alex Meier spielen. Was hat der Eintracht mit dir gemacht, dass du so weit kommst? Ja, aber jetzt, hier Alex, mal bitte, es funktioniert nicht, bevor hier das Sammelsspiel kommt, bitte. Das kann doch so schwer, der ist doch noch Vereinsmitglied, das kann doch so schwer nicht sein. Wahrscheinlich hat er auch immer noch eine Spielberichtigung. Das ist großartig. Dass da noch keiner drüber nachgedacht hat. Jetzt mal im Ernst, ich bleibe dabei. Das geht ja. Am Ende kann ja Lammers nicht viel an Offensivspiel gerade kaputt machen. Was soll die jetzt sagen? Sollen wir jetzt sagen, die Eintracht hat jetzt drei Spiele hintereinander keinen Tau geschossen und jetzt haben wir schon wieder keinen Tau geschossen. Das liegt an Lammers. Ja, ist schon richtig. Am Ende. Noch weniger Tore schießen geht fast nicht. Soll der gar keinen Ball annehmen, Alex. Der soll einfach direkt snipern. So fertig. Sobald der einen Ball hat, schießt, egal wo er steht. Schießt den Typ einfach an, dem wird der Ball irgendwann vom Fuß ins Tor verspringen. Ach du, ich glaube, der ist, wir machen ihn noch schlechter als er ist. Also der hat halt jetzt auch echt eine miese Situation. Also es ist ja nicht so, dass ich der Einzige bin, der auf ihm rumhackt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht spurlos an dir vorüber geht und dass du mit jedem Schritt, den du jetzt auf dem Platz machst, im Hinterkopf hast, dass du es heute eigentlich zeigen musst und dass dir dann einfach auch nichts mehr gelingt. Also an der Situation sind, ich sag mal, wir alle schon ein bisschen mit Schuld. Ja, aber er wird auch, also er hat auch in letzter Zeit unglückliche Situationen, in denen er dann irgendwie aufgefordert wird, sich zu beweisen. Wenn du dann irgendwie in der Anfang der 80. Minute da irgendwo eingewechselt wirst, wenn die Mannschaft sich vorher minutenlang versucht hat, krampfhaft irgendwie eine Offensivaktion herbeizukämpfen oder zu arbeiten, wo der Gegner gerade ein Tor geschossen hat und du jetzt irgendwie dem Rückstand hinterherläufst, das ist natürlich dann auch keine hervorragende Situation, um da irgendwie in so einen Spielfluss reinzukommen. Also er hat es auch, glaube ich, deswegen auch zusätzlich nicht einfach. Ich finde die Idee nach wie vor gut und wie Basti schon so richtig sagt, also was soll denn passieren? Noch weniger Tore schießen ist nicht. Schauen wir mal. So, Frau Alex, Ergebnistipp. Ja? Ich tippe auf ein 0-0. Aha. Wieder keine Tore. Patricia? Ich sag 2-0, weil ihr gesagt habt, Lamas macht zwei Tore. Basti? Ich sag 2-0 für Erder. What? Ich fühle das irgendwie. That escalated quickly, ja. Ah. Okay. Kann man es noch schlimmer machen? Hold my beer. Jetzt habe ich richtig Bock aufs Spiel. Danke, Basti. Ja. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die Eintracht 3-1 für uns. Zu 0 glaube ich irgendwie nicht. Irgendein blödes, ich sehe es schon kommen, irgendwie siebte Minute, Davy Selke macht irgend so ein ganz bescheuertes Mal. Ach. Davy Selke, jetzt hast du mir, aber den Namen, den habe ich ja Gott sei Dank vergessen. Ja. Was ein Glück haben wir Sam Lamas. Genau, der wird dann allerdings das Duell, das kann Sky doch groß aufziehen, das Duell der giganten Lamas gegen Selke, Alter. Das, das klingt doch so, als wenn du da wieder irgendwie, weiß ich nicht, bei Run oder hier bei Sport 1 dann dazu befragt wirst, oder? Ich werde nicht antworten, kein Kommentar. Ja. Schauen wir mal. Aber wenn er das macht, dann bin ich mir ziemlich sicher, 5 Minuten später wird er einfach unsanft von Hinteregger, vom Platz entfernt. Stimmt, die Story gibt es ja auch noch. Zack, bumm, liegt er irgendwo an der Seite, kann nicht weiterspielen, weil Zehnagel gerissen oder so. Kommt auch noch. Gut. Ich glaube, damit haben wir bundesligatechnisch soweit alles abgearbeitet. Ich wollte noch mal kurz mit euch über das Thema Nachwuchsleistungszentrum sprechen. Wir hatten ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass sich da jetzt so ein bisschen was tut. Da war ja nach wie vor dieses Gerücht, dass Patrick Ochs sportlicher Leiter werden soll. Ich glaube, das ist auch nach wie vor noch in diesem Status. Zumindest habe ich kein offizielles Statement dazu gesehen. Was allerdings offiziell gemacht wurde in den letzten Tagen war ja, dass Alexander Richter Leiter Nachwuchsleistungszentrum wird. Der hat es ja bisher bei Bochum gemacht. Also er hat schon durchaus einiges an Erfahrung, was Nachwuchs angeht. Und dann gab es ja heute die inoffizielle, offizielle Vermeldung. Ich glaube, von der Eintracht ist es noch nicht bestätigt. Ich hatte zumindest vorhin nichts gesehen. aber bei der Hessen-Schaustanz Ralf Gunesch wird Übergangstrainer, also nicht Trainer für den Übergang, sondern Trainer für den Übergang. Das klang jetzt irgendwie blöd. Also soll quasi Spielern aus der EU-Mannschaften helfen, den Weg in den Profikader zu machen mit Individualtraining, Beratung und so weiter. Und Basti, du wusstest das glaube ich sogar schon ein bisschen vorher. Also man kann davon ausgehen, das ist fix, oder? Ja, also ich gehe auch davon aus, wie du es schon gesagt hast, ich weiß es jetzt schon ein bisschen länger und ich fand es geil. Also es scheint dann ein Konzept vorgelegt zu haben, wie man irgendwie diesen Übergang, der ja teilweise für Profis gar nicht so, also für dann für Jugendliche in den Profibereich gar nicht so einfach ist und ich glaube, das ist ein guter Typ, der denen einiges mitgeben kann, der sich da vielleicht auch schon Gedanken gemacht hat und die Eintracht dann damit überzeugt hat. Also ich bin von dieser Personalie mehr als begeistert. Es ist natürlich jetzt der 800. Neuanfang im Jugendbereich, bis wir da mal irgendwie die Früchte ernten. Wir hatten uns ja damals, als Bobic kam, auch erhofft und haben gesagt, Geduld, Geduld, solche Arbeit kann man in den ersten drei bis fünf Jahren sehen. Haben wir noch nicht. Jetzt fangen wir wieder neu an, müssen wieder drei bis fünf Jahre warten, um zu gucken, ob sich da irgendwas tut. Und so diese ersten Versuche mit Blanco und so sind ja nicht ganz so gut gegangen. Jetzt hat man aber irgendwie die zweite Mannschaft wieder an den Start gebracht. Jetzt verpflichtet man viele Leute. Ich glaube, diese Verpflichtung von dem Kollegen aus Bochum darf man auch nicht unterschätzen. Da habe ich auch Leute gehört, die früher beim VfL Bochum gearbeitet haben, die in höchsten Tönen von ihm gesprochen haben. Gesagt haben, dass das echt ein sehr, sehr guter Typ ist, der vielleicht ein bisschen vergleichbar ist von diesem Guru Johnny Elgert von Schalke, der das ein oder andere Talent schon begleitet hat. Und ja, du hast die anderen Namen auch schon angesprochen. Also wenn du dich da breit aufstellst und genau vielleicht für die Problemzonen wie diesen Übergang zu sagen, du hast einen Jugendspieler und wir hatten ja ganz, ganz viele immer, wo wir dachten, vielleicht kann der mal an die Mannschaft herangeführt werden und man hat ihn in der Vorbereitung so ein bisschen gesehen und dann gab es die ersten Leute, die schon irgendwelche Spieler gehypt haben. Dann hast du nie wieder was von ihnen gehört. Vielleicht kann man da, irgendwie ein bisschen entgegenwirken oder, was man halt auch machen kann, den einen oder anderen Jugendspieler vielleicht überzeugen, mit dem Verein Antraff Frankfurt seinen Weg zu gehen, anstatt irgendwie der 800. in Leipzig oder Hoffenheim zu sein. Und ich glaube, wenn einer das gut irgendwie transportieren kann, dann ist Ralf Gunnisch. Also ich finde es mega geil, geiler Typ, habe schon ein paar Mal getroffen. Die Antraff hat safe schon schlechtere Personalentscheidungen in der Vergangenheit getroffen, gerade auf dieser Position, liebe Grüße. Also ich muss sagen, ich war auch sehr happy, als ich das gelesen habe, weil ich auch glaube, dass er da durchaus einen Mehrwert bringen kann. Er hat ja viel Erfahrung, er ist ja auch noch sehr viel, man erlebt ihn ja sehr oft ja auch als Fußballexperte. Er hat einen recht klaren Blick, er weiß, wovon er spricht. Ich glaube auch, dass er das gut vermitteln kann und wie du schon so richtig gesagt hast, es macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn die Eintracht da zwar zum 800. Mal einen Neuanfang plant, aber es wirkt gerade so ein bisschen durchdachter. Aber vielleicht lasse ich mich da jetzt auch gerade etwas zu sehr blenden. Ja, vor allen Dingen ist der halt für die Position halt auch echt wie geschaffen. Also der ist noch nicht so lange raus aus dem Profigeschäft. Der hat halt auch einen Hang zu Traditionsvereinen oder zu, ja, der weiß, wie auch so ein Verein tickt und was einen da auch erwartet, auch aus der... So wie Ingolz. Ja, ich dachte jetzt eher an St. Pauli. Hat er eigentlich zuerst gedacht, ihr hackt jetzt auf mich rum wegen meins, aber... Jeder macht schon seinem Leben mal Fehler. Ich glaube, das muss man ihm verzeihen. Ja, aber also zumindest weiß er auch. Also das ist halt auch noch jemand, der bodenständig ist und der so eine Nähe zur Normalität auch hat und weiß, wie auch so ein Verein tickt, der nicht Hoffenheim ist. Und ich glaube, der kann den Leuten schon viel mitgeben. Ich glaube auch tatsächlich, dass er von der Person her auch ganz gut zu so einer Rolle passt. Wie du schon sagst, er ist noch nicht allzu lange aus dem Fußball raus. Er ist aber ein relativ... Ich würde ihn jetzt mal als geradlinig und offen beschreiben, der, glaube ich, auch ganz gut einfach da in so einer Rolle agieren kann. was dann auch von den jungen Spielern dann auch akzeptiert wird, wenn er ihnen da Ratschläge gibt, was ja auch wichtig ist. Man kann ja keinen hinstellen wie, was weiß ich nicht, Lothar Matthäus oder irgendwas. Da glaubst du ja kein Wort von dem, was der da erzählen würde. Ja, vor allen Dingen, das ist halt auch jemand, dem macht es halt auch Spaß zuzuhören, wenn der über Fußball spricht. Also es geht mir bei DAZN so, das war auch immer so, wenn er, keine Ahnung, irgendwie im Rasenfunk war oder so. Also ich hab Bock, dem zuzuhören, wenn er über Fußball spricht. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ich glaube, der hat auch für junge Leute so eine gewisse Street-Credibility, weil die den von DAZN kennen. Die glaube ich schon, dass er jetzt nicht nur durch seine Fußball-Karriere oder dann Jugendtrainer in Ingolstadt, sondern halt auch durch seine mediale Präsenz dem einen oder anderen Jugendspieler was sagen wird. Und der den safe auch so ansprechen kann, wie man das machen muss. Ich glaube schon, dass der da einen Vorteil hat gegenüber Andreas Möller. So gerade was das Alter betrifft einfach. Und gerade, dass er auf Social Media viel unterwegs ist. Ich glaube schon, dass der da eine andere Ansprache finden wird und den jungen Talenten vielleicht klar machen kann. Hier, klar, könntest du jetzt in Hoffenheim irgendwie ein Taui mehr verdienen und dein Vater darf da T-Shirts bedrucken. Aber überleg dir mal, du könntest hier mit der Eintracht vor 50.000 spielen und die würden dich richtig feiern und könntest eine Eintracht-Legende werden. Ich glaube schon, dass wenn man das so transportiert, dass man da als Eintracht Frankfurt halt im Jugendbereich nicht jeden Kack mitgehen kann, was da irgendwie so durch Red Bull und so auch passiert, aber vielleicht dann auf diese Weise. Ja, du musst halt irgendwie eine Differenzierung zu den anderen bringen. Jetzt einfach nur die Variante, wie du gesagt hast, du bist halt einer von 800 und wir besorgen deiner Familie hier halt noch irgendwie einen Job an der Würstchenbude. Damit kannst du halt irgendwie nicht mehr rausstechen, sondern du musst halt schon auch am Ende da irgendwie einen anderen Weg gehen und ich würde jetzt, also ich habe zumindest die naive Vorstellung, dass man da so eine Idee hat, was man daraus machen kann. Ob es funktioniert oder nicht, man sieht es in drei bis fünf Jahren. Entschuldige. Vor allem klappt es ja auch bei anderen kleineren Vereinen, sage ich mal so, die jetzt eben, also keine Ahnung, Freiburg, auch meinetwegen Mainz, die machen das auch schon besser als die Eintracht. Von daher, man muss halt nur seinen Weg finden, wie man da am besten rangeht, weil natürlich kann man da, wie ihr schon richtig gesagt habt, mit anderen Vereinen, wie jetzt, keine Ahnung, so Konstrukten zum Teil auch nicht mithalten, aber muss man ja vielleicht auch gar nicht. Also man kann da ja aus seinen eigenen Talente auf seine eigene Art und Weise hervorbringen und wenn das überhaupt mal klappt, sind wir, glaube ich, in Frankfurt schon glücklich, weil das ja bisher wirklich eigentlich fast nicht existent ist, dieser Übergang von der Jugend in die erste Mannschaft. Das hat ja kaum jemand geschafft. Ja, ich bleibe aber bei dem, was ich letzte Woche, vorletzte Woche gesagt habe. Ich glaube, man kommt um diesen Schritt nicht mehr drumherum, das zu machen, weil du auch nach Corona, wenn sich diese ganze Transfermarktthematik wieder so ein Stück weit erholt hat, da richtig viel Geld drin ist und du wirst halt auf lange Sicht dich schwer tun, Spieler irgendwie am Markt zu verkaufen oder zu kaufen, weil da einfach durch diese ganzen, weiß ich nicht, Leads und sonst welchen Dinger so viel Kohle drin ist, dass du dich einfach besser damit tust, wenn du auch Spieler aus der eigenen Jugend hochziehen kannst. Ich glaube, es ist ein notwendiger Schritt. Ja, es ist ja das, was wir gesagt haben, was Patrizia eingangs gesagt hat, als wir da so ein bisschen negativ über die Saison gesprochen haben. Es gibt ja schon bei der Eintracht sehr, sehr viele Entwicklungen, die gut sind. Also wenn wir wirklich einen Schritt zurück gehen und das machen wir ab und zu hier, guck uns die letzten Jahre an, da ist schon alles in Ordnung. Da kann man vielleicht auch mal über so eine kleine Grau-Phase in irgendwelchen Saisons hinwegsehen, wenn man weiß, okay, der Unterbau stimmt und wird immer ausgebaut und ist jetzt halt auch tatsächlich durch Corona ein bisschen gefickt worden. Ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht mit am meisten unter Corona leidet, weil die gerade diesen Step machen wollte in Richtung, wir stabilisieren uns da unter den Top 9, sag ich mal. Wir haben Transfererlöse zum ersten Mal erzielt und bla bla bla. Ja, und dann werden die teilweise Transfererlöse in einem Jahr einfach von Corona gefressen. Das ist ja schon Kacke. Und dann hast du parallel noch Investitionen hier in das neue Gebäude, was die Eintracht am Stadion gebaut hat und so weiter und so weiter. Also so ein bisschen wurde die Eintracht durch Corona ausgebremst. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. So sehr man es auch verdrängt. Und Eintracht ist halt auch ein Verein, der eben, wie gerade im Jugendbereich haben Sie angesprochen, aber auch im Profibereich, es gibt halt Vereine, die juckt Corona trotzdem nicht. Die erzählen dir das zwar, aber es ist halt nicht so. Und die Eintracht gehört nicht dazu. Und ich glaube, das ist andere Vereine, die vergleichbar mit Eintracht sind härter erwischt hat. Von daher muss man wahrscheinlich mit dem, was gerade ist, zufrieden sein. Aber sollte sich dann auch vielleicht da nicht drauf ausruhen, sondern sagen, gut, wir entwickeln irgendwie die Zukunft und das macht die Eintracht ja. Also werden wir vielleicht jetzt in der Gegenwart nichts von haben, aber langfristig gesehen könnte es ja zumindest sein, dass wenn nicht ganz so viele Spieler weggehen und ein paar geile neue dazukommen, dass wir zumindest nächstes Jahr einen Sturm haben und dann hier sagen, ja Leute, jetzt macht man eine Aufstellung und wir dann sagen, ja, wir sind vorne angekommen und sagen dann, ah ja, Lindström spielt hinter Boré und Mouani und da würde ich sagen, Alter, vielen Dank. Also Lindström hinter Boré und Mouani ist richtig geil. Wenn du dann irgendwie es schaffst, Kostic zu halten und dann knauf auf rechts festgespielt. Dann hast du eine geile Offensive, dann kannst du mit Sohn und Jakic sagen, hier, macht mal ein bisschen Defensive rum, hast irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt es, Smolcic haben wir glaube ich als Indika-Einsatz so auf dem Zettel gehabt. Also das kann schon gut gehen, weil ich trotzdem das Gefühl habe, die anderen haben es vielleicht jetzt in der Gegenwart nicht gelöst, aber die wissen schon, dass wir einen Stürmer und einen rechten Mittelfeldspieler brauchen. Ich glaube, das wissen die. Ja, es ist halt eine Sache der Geduld, es ist nicht immer ganz einfach, vor allem wenn man jetzt im Alltag versinkt und ja auch immer wieder über diese einzelnen Spiele so reden muss, dann kann man ja, ja, da muss man vielleicht auch mal kritischer drauf schauen und dann verliert man sich vielleicht auch mal, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hast du schon richtig gesagt, das wird, also man hat zumindest das Gefühl, der Verein weiß, woran er arbeiten muss und geht in die richtige Richtung. Das ist schon mal richtig wichtig und ja, diese Geduld muss man sich halt irgendwie auch, ich finde, das merkt man auch im Spielsystem, auch in diesem Glasner-Fußball, an den man sich auch gewöhnen muss, also man ist das jetzt halt irgendwie von Kovac und von Hütter anders gewohnt gewesen und jetzt ist es halt wirklich, das ist halt was ganz anderes, das war so von Kovac zu Hütter, war eine Veränderung, aber jetzt nicht so extrem gravierend und dann jetzt dieser Hütter-Glasner-Sprung, es ist halt komplett anders und ja, ich glaube manchmal, ja, das hat sich noch nicht ganz gefunden, es blitzt auch immer mal wieder durch, aber das entwickelt sich halt alles und ich glaube, vor allem, weil man es halt anders gewohnt war, ist es noch mal krasser als Zuschauer, das zu sehen und das vielleicht dann auch mal negativ zu bewerten, obwohl es vielleicht einfach nur so ein, ja, ein Schritt in eine andere Richtung ist. Ja, ich glaube das auch. Dem stimme ich zu. Ich glaube auch, dass wir da Geduld haben, müssen wir, was Patrizia sagt, ich glaube, das macht man sich gar nicht oft genug klar, dass das ein komplett anderer Fußballansatz ist, den wir hier jahrelang hatten, also ich meine, das kannst du Kovac gar nicht vorwerfen, der hat ja halt einfach nichts Personal, der musste teilweise dann wirklich auf diese kämpferische Schiene gehen, Hütter ist ja ganz klar Red Bull-Style, anlaufen, Power, 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 hat dann auch noch irgendwie dann Glück gehabt, dass die Büffelheide wirklich so krass funktioniert hat und Glasner ist halt jemand, der wenn es klappt, echt geilen Fußball spielen lässt, wo du denkst, ihr erinnert euch einfach, das ist ja nicht so lange her, diese Tore gegen Leverkusen oder auch ganz im Ernst, die erste Halbzeit gegen Dortmund. Was wäre passiert, wenn wir dieses fucking Spiel irgendwie gewonnen hätten, dann wäre vielleicht, vielleicht war das einfach auch so ein kleiner Knacks in der Mannschaft, weil du dann, wenn du gegen Dortmund noch gewonnen hättest, wärst du mit demselben Rausch aus der Hinrunde in die Rückrunde reingebrettet und dann wäre vielleicht vieles anders gelaufen. Dann verletzen sich irgendwie, kostet schon Kamada, dann hast du nicht genug Ersatz, hast keinen Stürmer und dann verselbstständigt sich das vielleicht so ein bisschen ins Mittelmaß, aber es verselbstständigt sich halt auch nur ins Mittelmaß und nicht irgendwie ganz nach unten. Ja, also das ist glaube ich das Wichtigste, was er gesagt hat, man muss die Geduld und den Atem haben, das durchzuziehen und jetzt nicht in irgendwelche Kurzschlussreaktionen verfallen, sondern da einfach an diesem Plan festhalten und dann einfach auch mal diese vielleicht nicht optimal laufende Saison als Übergangssaison hinnehmen und dann wird es halt hinten raus auch wieder besser. Aber es ist natürlich als Fan auch einfach schwer, kann ich verstehen. Ja, weil es halt trotzdem immer die Gefahr in sich birgt, wir dürfen jetzt auch nicht zu locker sein, ja das wird sich alles entwickeln, es kann halt auch sein, dass sich das nicht entwickelt. Also es kann schnell eine Dynamik annehmen, die dann negativ ist, wo dann Dinge in Frage gestellt werden. Also in Eintracht musst du da schon aufpassen, dass sie nicht zu sehr, also du kannst ja gerade im Fußball auch nicht zu sehr in die Zukunft planen, weil die dann irgendwie die Gegenwart in die Schnauze hauen. Du kannst so viel planen, wie du willst, guck, grüße nach Stuttgart. Ich weiß, die haben ja auch geplant und geplant und hatten irgendwie junge Spieler und hatten plötzlich Marktwerte, Silas, Karlajcic, bla bla bla. Dann verletzt sich Silas und Karlajcic, dann hast du irgendwie interne Queree und jetzt stehst du da unten drin, die Spieler verlieren den Wert, also das kann der Eintracht ja auch passieren. Also da muss die Eintracht schon aufpassen, weil gerade Vereine wie die Eintracht, liebe Grüße nach Bremen, die muss halt immer an der Kante gut arbeiten und kann sich dann eigentlich nicht erlauben, dann mal komplett falsch zu liegen und das hatten wir ja auch schon hinter uns. Aber trotzdem, ich bleibe dabei, das Geld für die Büffelherde, dass das in Dost und Kor geflossen ist, ist es trotzdem nicht ideal und ich will nicht wissen, was du haben verdient und ill, danke, da war schon viel dabei, was deine Entwicklung ausgebremst hat, weil du halt da auch Geld verbraten hast. Das kann dir passieren, du hast den Polster erarbeitet, du bist auch gut durch Corona gekommen, aber du bist halt jetzt in der Situation, dass so, ja ich sag mal so, die Transfers im Sommer sollten größtenteils sitzen, sag ich mal, anstatt dass du dann irgendwie wieder, ja, wieder von vorne anfängst irgendwann. Naja klar, du musst es schon, du darfst es jetzt nicht komplett irgendwie laufen lassen und sagen, ja, ist übergangen, wird schon, du musst da schon ein bisschen mehr aufpassen, aber trotzdem, Zeit geben und Raum geben muss man dann halt auch zum gewissen Grad. Also es ist halt auch ein schmaler, ein schmaler Grad, aber man muss ihn, glaube ich, auch zum gewissen Maß dann einfach auch zulassen. Korrekt. Ich glaube, schöner werden wir von den Schlussworten heute nicht mehr, oder? Ich glaube auch nicht. Ich kann auch ein bisschen gucken, wie leicht es ist, den DFB-Pokal zu gewinnen dies Jahr. Du musst ja gleich die nächste Wunde aufreißen, oder? Ja, ich sehe es aber gerade, wenn du überlegst, dass es entweder Union oder St. Pauli im Halbfinale sind. Ja. Ich fand die Diskussion, die ihr bei letzte, ich glaube letzte Woche, als du nicht dabei warst, diese bei 93 hatten, fand ich spannend. Je nachdem, wie das Finale dann ist, für wen ist man denn dann? Also jetzt mal angenommen, irgendwie, weiß ich nicht, Leipzig, Freiburg ist im Finale und irgendwie, je nachdem, wer gewinnt, hat das dann Auswirkungen, wer dann in die Euroleague kommt. Ich glaube, da muss man sich dann auch nochmal genau überlegen, für wen man dann da am Ende irgendwo ist. Also Axel wahrscheinlich noch mehr als wir, aber. Ich glaube auch, also ich muss da nicht überlegen, ich wäre safe, nicht für Leipzig sein. Schauen wir mal. Also vielleicht, haben wir nochmal Glück und es kommt nochmal ein richtig geiles, so ein richtig geiles DFB-Pokalfinale. Also ich hätte ja, wenn ich es mir wünschen könnte, ich glaube, da hätte ich so stimmungstechnisch schon gerne irgendwie Bochum gegen Union. Ich hätte gern Hamburg gegen Bochum. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gern irgendwie Zweitligisten drin, weil einfach, weil es, also warum auch nicht? Ja. Also ja, HSV finde ich ganz geil. HSV Bochum wäre auch geil, ja. Ich lege mich spontan fest, ich will, dass Bochum den DFB-Pokal gewinnt. Ja, da bin ich dabei, gehe ich mit. Alex? Bin ich auch dabei. Ja, dann. Haben wir noch festgelegt. DFB-Pokalsieger 2022 der VfL Bochum. Wahrscheinlich haben wir jetzt gejingst und sie fliegen ja jetzt am Mittwoch und wir kriegen dann wütende Hass-E-Mails von Bochum. Sorry, war nicht so gemeint. Wir wollten helfen. Gut. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir doch den Sack für diese Woche zu. Es war eine nicht ganz einfache Folge, muss man glaube ich dazu sagen. Auch wenn man es versucht, alles was so drumherum ist, auszublenden und es ist uns ja auch nicht so komplett gelungen. Irgendwie so im Hinterkopf hat man es dann trotzdem immer. Wir hoffen, wir konnten euch da draußen trotzdem ein bisschen Ablenkung verschaffen. Wir werden uns jetzt irgendwie versuchen, noch so ein bisschen Restmotivation rauszuholen für dieses Hertha-Spiel am Wochenende und nächste Woche ist ja dann Euroleague und dann wird alles besser. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das nächste Woche mit der Folge machen, weil Dienstag ja relativ knapp dran ist, ob wir das vor dem Spiel gegen Betis noch machen oder danach. Behalte doch da einfach mal am besten unsere Social Media, am besten Twitter und Facebook und Instagram im Auge. Ich werde versuchen, das zeitnah, sobald wir das geklärt haben, dort zu veröffentlichen, damit ihr wisst, wann ihr mit einer Aufnahme und dann auch mit einer neuen Folge rechnen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dahin wünschen wir euch, soweit es geht, eine halbwegs entspannte, Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Bis dahin, macht's gut. Hey! 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 Es kann auch mal gut! Hey! 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 Es kann auch mal gut! Hey! 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 Es kann auch mal gut! Hey! Hey! Es kann auch mal gut! Es kann auch mal gut! Es kann auch mal gut! Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen,